Trocknen dort. Wollen wir das gleich mal alleine oder? Brauchen wir nicht. Wir machen alle. Wir sind auch nicht okay. Hier brauchen wir unbedingt Holz. Das hilft alles nichts. Ich möchte das einfach mal eine Rast velte Schraub. Oh nein. Oh du weißt. Ich habe den Harkorn mit Funktionsschutz. Ich nehm es trotzdem an mir. Aber wenn wir es brauchen, werden wir es wahrscheinlich nicht mehr. Das ist derer, der muss mal Tütenignal haben. Ich nehme alles mit. Das können wir nicht gut an. Oh, nice. Ich kann mir also auch etwas anderes finden. Das ist cool. Perfekt. Da können wir doch gleich rein hin. Schlaf, Kindlein, schlaf. Lalalalalalalala. Da ist den Tütenignal. Es ist alles gegründet. Ich bin auf dem Teck. Da ist den Tütenignal. Aha, bestimmt gleich mal die ein oder andere Vorschau machen. Beziehungsweise Verbesserung. Das ist aber wichtig. Ich würde das jetzt nicht so richtig empfinden. Keines. 125 Whisky verarschen. Problem, das nimmt uns alles wertvollen Lagerplatz weg. Das ist nicht cool. Aber Netze haben wir jetzt freigeschaltet. Und ich habe mir zufällig eins. Was darf denn? Das lassen wir mal. Und dann sagen wir machen wir jetzt noch ein, zwei Runden Whisky fangen. Okay. Ja, 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 ja. In. Da. Okay. Kommt, erstmal mal in den Runden. Kommt zu mir? Ich schätze mal weg. Genau. Hier zieht ein Buch aus einem Staub. Und rechts ist dir. Ist durch Staub bedeckt. Aber abgesehen davon, in guten Zustands. ist es so schön doch schaut denn diese aus Was ist das, hä? So. Die Stunde! Die Stunde! Schussbarin! Ein Körbchen neu! Blub! Kling, 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 kling! Der nimmt nach Glammin. Oh! Das wird ein großer. Das ist ein Zeugnis. Oh! Der wird ein Zeugnis gewinnen. Oh, das ist ja. und soll der Kass nun mal Licht das schottlicht Ah, jetzt sind wir wieder voll wie oben. Jetzt haben wir nichts. Wählen wir eine Seele. Verkauf ich Fisch wieder. 2.500 Dollar. Yay. Wenn ich bloß auch noch so voll hätte. Jetzt können wir wieder die Knie nehmen. Klingelingeling. Nächster Erfolg. Nicht nachhaltig. Ei. Zu meiner Verteidigung. Menschheit hat noch nie aus ihren Fehlern geliehen. Also bitte. Wollen wir los gewesen? Was gibt's? noch nicht nachhaltig. Ja. Ich habe nichts mehr. Oh, das ist ein süßes Geluxer. Oh mein, das heißt, das ist so wie die Räufe hier. Wir dämmen einfach alles mit Lündeln. Ist das voll? Ja, die ist nicht mehr mit. Ist das voll? Ja, die ist nicht mehr mit. Gut. Gut, das ist nicht mehr mit. Das ist ein Licht. Gut. Kuh von eins. Baut das noch. Nur zwei Holz. Ich will jetzt anbauen. Wir machen mir dann für einen Schluss. Ich bedanke mich bei allen, die, die dabei waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn es Lust hat, ist es ein Follow da. Und dann sehen wir uns. Beim nächsten Mal wieder. Bei einer kleinen Runden. Dredge oder wahrscheinlich eher Ghostwire Tokyo. Müsst ihr euch. Macht es gut. Ciao.